Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder zahlreich eingeschaltet habt. Und wie an jedem Mittwoch behandeln wir das Thema Produktrecherche, Produktsuche bzw. Produktideen. Und wie die meisten wissen, die diesen Kanal verfolgen, habe ich schon des Öfteren im Community-Bereich Deals veröffentlicht, die super profitabel sind zum Kaufen und Wiederverkaufen. Also für alle Wiederverkäufer, Reseller super interessant. Jedoch gibt es ein Problem, und zwar diese Deals, die ich veröffentliche, können innerhalb von Minuten weg sein. Das weiß der eine oder andere schon, der das Ganze hier verfolgt und schon mal auf einen Deal gestoßen ist. Und das Ganze möchte ich etwas besser gestalten, so dass auch du an diese Deals rankommst und direkt auf dein Handy kriegst. Denn YouTube benachrichtigt nicht über einen Community-Beitrag, sondern über neue Videos. Aber auch da gibt es ab und zu mal Zeitverzögerungen. Und das Ganze möchte ich besser gestalten. Schau dir dieses Video bis zum Schluss an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Freunde, ich befinde mich hier auf dem Profil des YouTube-Kanals Erfolgreich Verkaufen. Und ich gebe hier regelmäßig Content zum Thema E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay. Und natürlich gehört zum erfolgreichen Verkaufen auch das erfolgreiche Einkaufen, was meiner Meinung nach noch viel wichtiger ist. Und deshalb möchte ich hier euch unterstützen dabei. Und wie die meisten es wissen, die diesen Kanal schon abonniert haben und regelmäßig verfolgen, habe ich hier in dem Community-Bereich des Öfteren schon Deals gepostet, die profitabel sind, die man kaufen kann und wieder verkaufen. Also optimal für Reseller und Wiederverkäufer. Und es handelt sich hier meistens um Amazon-Deals, um Mediamarkt-Deals, Saturn-Deals oder natürlich auch viele andere Shops, die gerade super Angebote haben. Und wie die meisten wissen, können solche Deals innerhalb von wenigen Minuten, wie gesagt, online sein und dann schon wieder zu Ende sein, weil vielleicht eine begrenzte Stückzahl einfach nur für dieses Angebot erhältlich ist. Und danach ist das Ganze ausverkauft. Um das Ganze hier für euch so angenehm wie möglich zu machen, möchte ich das Ganze hier auf euer Smartphone direkt ein Newsletter schicken, wo ihr dann direkt diesen Deal bekommt mit den jeweiligen Konditionen und dementsprechend auch direkt zuschlagen könnt. Wie das Ganze geht, findest du unten in der Beschreibung, schaust dir an. Du kriegst, wie gesagt, über WhatsApp eine Nachricht und hast genau die gleichen Informationen, wie wir diese hier auch sehen. Kurz zu diesen Deals, die ich hier poste, eine kurze Erklärung. Erstens, wo finde ich diese Deals? Diese Deals finde ich auf verschiedenen Deal-Seiten, aber auch durch Preisalarm, den ich mir eingestellt habe. Und dann werde ich immer benachrichtigt, wenn es hier richtig gute Angebote gibt. Wir schauen uns hier das heutige einmal an. Das habe ich vor einer Stunde gepostet. Und wir sehen hier, das ist ein Standventilator, also ein Säulenventilator, der gerade für 59,99 Euro erhältlich ist. Ich mache einen kurzen Preisvergleich zu Idealo, zu Amazon selbst, Ebay natürlich auch und den möglichen Gewinn, der möglich wäre. Es ist nicht garantiert, jedoch habt ihr hier die Möglichkeit, das selber zu beurteilen und zu analysieren. Wie ich das Ganze analysiere, das zeige ich dir jetzt. Also wir sehen diesen Ventilator hier bei Amazon und der kostet gerade 59,99 Euro. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie man mit dem Add-on Keeper arbeitet. Wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, findest du oben in der Infobox das Video dazu oder auch unten in der Beschreibung. Und mit diesem Tool kannst du, wie gesagt, die Preishistorie einmal nachvollziehen. Und wir haben hier bei diesem Artikel 752 Tage rückwirkend, wo wir den Preis einmal anschauen können. In den meisten Fällen reicht es aber, wenn wir das Ganze unter ein Jahr uns einstellen. Und dann können wir sehen, dieser Ventilator hat in der Vergangenheit 139,99 Euro gekostet, dann mal 130 Euro. Und in der Regel aber, wenn man schaut, der Durchschnittspreis lag immer so bei 99,99 Euro. Das Ganze hier, was grau hinterlegt ist, das sind die gebrauchten Ventilatoren, die verkauft worden sind. Dementsprechend auch gebraucht wurde diese Ventilator bei 120 Euro ab und zu gehandelt. Aber auch so 80, 90 Euro ist hier der Standardpreis gewesen. Nun hat aber Amazon das Ganze hier noch günstiger angeboten, beziehungsweise der Hersteller selbst verkauft diese Ventilatoren gerade zum super Preis. Und dementsprechend haben wir hier die Möglichkeit, auch ganz viele direkt zu kaufen. Jedoch gibt es aber auch ab und zu Deals, wo nur drei zur Verfügung stehen. Und dementsprechend kann man hier nur drei kaufen. Es sei denn, du hast mehrere Profile bei Amazon, dann kannst du auch mehr kaufen. Und aber auch so kann man sagen, diese Angebote sind teilweise begrenzt auf eine gewisse Stückzahl. Wenn davon die gewisse Stückzahl ausverkauft ist, dann wird das Angebot automatisch beendet. Und dann ist es vielleicht wieder beim normalen Standardpreis von 99,99 Euro. Auf jeden Fall ein Saisonprodukt, was definitiv meiner Meinung nach, also mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder den Preis von 99 erreichen wird. Dementsprechend kann man hier das Ganze sich hier für 59,99 Euro auch kaufen. Des Weiteren schaue ich immer, wie viele Anbieter gibt es denn bei Amazon selbst. Und wir sehen hier, wir haben hier nur gebrauchte Anbieter. Also die gebrauchten Ventilatoren verkaufen. Neu Ventilatoren werden hier derzeit nicht angeboten. Dann schaue ich immer, ob dieses Angebot auch bei Amazon selbst eingestellt werden kann, ohne irgendwelche Berechtigungen. In dem Fall ist es auch so. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Bewertungen. Denn oftmals ist es so, dass der Preis sehr tief fällt, wenn die Bewertungen einfach nicht gut sind. Also das Produkt ist fehlerhaft nicht so. Die Qualität entspricht nicht der Qualität. Und dementsprechend gibt es auch hier Nachlässe. Hier sieht es echt top aus. Wir haben hier über 300 Bewertungen. Und dieses Produkt scheint sehr gut zu sein. Und dementsprechend sehe ich auch hier kein Hindernis. So. Also gegen Amazon spricht hier nichts. Auch mache ich Vergleiche dann natürlich auch bei Idealo. Wie sind die anderen Shops, die dieses Produkt anbieten. Und in dem Falle können wir auch hier eine Preishistorie einmal anschauen. Und die Preisentwicklung in dem Falle sieht auch nicht schlecht aus. Wir haben hier über den letzten Sommer hatten wir hier auch bei über 130 Euro dieses Produkt. Und dann war es hier auch bei immer 99 oder 89 Euro. Und dann hat es natürlich auch hier kurzzeitig einmal einen Preissturz gemacht, weil hier die Saison zu Ende war. Und dann August. Im Grunde genommen hat das Ganze wieder seinen Preis eingeholt. Und über den Winter her nur für 130 Euro erhältlich. Und jetzt quasi zum Saisonstart ist das Ganze wieder gefallen. Dementsprechend bin ich mir mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass das hier auch wieder hoch geht. Und weil hier auch der Durchschnittspreis der letzten 90 Tage bei 104 Euro lag. Dementsprechend sehen wir auch hier, dass verschiedene Shops das Ganze hier auch recht teuer anbieten. Hier ist es genau das Angebot von Amazon, was wir sehen für 59,99 Euro. Selbst der Hersteller verkauft es über seinen eigenen Shop für 97,99 Euro. Das notiere ich auch hier immer. Ihr seht es hier. Das sind die Preisvergleiche. Dementsprechend spricht für dieses Produkt nichts. Das kurz nur zur Erklärung, wie ich diese Produkte analysiere. Ansonsten, wie ihr seht oder wie die meisten es schon gesehen haben, was hier für Produkte drin waren. Es ist viel Technik natürlich, aber im Großen und Ganzen immer das, was sich lohnt. Hier habe ich zum Beispiel auch Haushaltsartikel und so weiter. Also, wenn du solche Deals empfangen möchtest und gerne mal davon profitieren willst, von super guten Deals, dann siehst du die Anleitung unten in der Beschreibung, wie du das Ganze per WhatsApp direkt so schnell wie möglich bekommst. Und egal, wo du gerade bist, unterwegs bist, kannst du diese Artikel dann kaufen und gewinnbringend weiterverkaufen. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Gib dem Video einen Daumen hoch. So unterstützt du mich und mich motiviert das, viele weitere solche Videos zu machen. Und es lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Bis zum nächsten Bis zum nächsten